Schier unfassbar, wieder hier zu sein. Ein Schiff, das die Fähigkeit besitzt, durch die Zeit zu reisen und jede Wunde zu heilen. Denk mal an die Möglichkeit. Darf ich dich daran erinnern, wie wichtig es ist, dass du lebst, als hättest du mich nie getroffen. Oder was anderes aus der Zukunft. Du willst also allen Ernstes verhindern, dass ich einen Blick in die Zukunft werfe, um so die Chance zu erhalten, unsere Transmutationsforschung ins 21. Jahrhundert zu katapultieren? Ein schrecklicher Gedanke, dass ich so selbstsüchtig werde. Interessant, dass du dich gegenüber Clarissa genauso verhältst. Sie wäre gestern fast gestorben, und zwar nur, weil du so versessen auf deine Arbeit bist. Warte, ausgerechnet du solltest doch verstehen, wie wichtig unsere wissenschaftliche Forschung ist. Ich verstehe die Wichtigkeit bei dieser Sache und nur bei der. Nach all dem, was ich erreicht habe, nach all den Auszeichnungen, die ich erhielt... Auf den sechsten Kalanur? Die einzige Sache, die in meinem Leben eine Bedeutung hat, ist Clarissa. Ja, Martin, unsere Frau, die du in den letzten beiden Tagen vernachlässigt hast. Aber ich liebe Clarissa. Dann zeig dir das auch, Martin. Weil ich dir versprechen kann, sie wird das Einzige sein, an das du dich immer erinnern möchtest. Und ich verspreche dir, dass ich dafür sorge, dass sie nie vergisst, dass ich sie liebe. Das ist meine Hoffnung. Du willst wirklich nicht mit uns kommen? Der Mörder von Rex läuft noch frei rum. Gemeinsam können wir ihn finden. Gestern Abend wurde bewiesen, dass meine Tage als Kämpfer vorbei sind. Du warst unglaublich tot. Es war so wie in alten Zeiten. Es gibt da etwas, das dich im Jahr 1987 hält, stimmt's? Nachdem sich die GSE aufgelöst hatte, war ich sehr viele Jahre einsam. Bis zu dem Tag, an dem ich jemanden kennengelernt habe. Und er wartet jetzt zu Hause auf mich. Ich habe die Wunden von Mr. Rice geheilt. Das ist unglaublich. Wow. Hier ist noch ein Ratschlag von einem alten Mann, der lange genug gelebt hat, um zu sehen, dass sich die Welt verändert, meistens zum Besseren. Falls du wieder das Glück haben solltest, die Liebe zu finden, halt sie fest. Wollen Sie uns schon verlassen? Ich dachte, wir trinken noch ein Bier zusammen. Im Gegensatz zu euch ist meine Zeit begrenzt. Und Kohlenhydrate sind nichts für mich. Lebe wohl, Todd. Na gut, dann werde ich mal wieder. Er hat gerne gesungen. Henry, dein Großvater. Er hatte eine wunderschöne Stimme. Während langer Konvoifahrten oder endlosen Observierungen hat er seinen Kameraden immer ein Ständchen gebracht. Immer wieder hat er versucht, mich auch zum Singen zu bringen, aber es ist ihm nie gelungen. Doch wenn die Lage aussichtslos war und alle Hoffnungen verloren schien, hat Henry uns immer wieder aufgemuntert. So ein wundervoller Mann ist dein Großvater gewesen. Dann bringen Sie mich zurück. Ich hole Ihnen den Gegenstand wieder. Die Legends haben 87 verlassen. Der Gegenstand ist außerhalb ihrer Reichweite. Diese blonde Frau. Sie ist eine Zeitreisende wie Sie und weiß genau, was mit mir in der Zukunft passiert. Dessen bin ich mir sicher. Bitte nehmen Sie mich mit. Ich muss mein Schicksal ändern. Ich sag Ihnen was. Wir werden zusammenarbeiten, um unser beider Schicksal zu ändern. Steigen Sie ein. Ich하지 mich mit mir zum Ligen. Gehen Sie die Schicksalo? Untertitelung des ZDF, 2020